Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 8.1.2024, damit die zweite Handelswoche im Januar. Demzufolge natürlich nun auch die Woche, wo die meisten institutionellen Anleger nun auch alle wieder aus dem Urlaub zurück sind, alle wieder am Parkett sind und handeln. Sofern sie dann bitterbedingt überhaupt an ihren Arbeitsplatz kommen können, denn es wird verdammt kalt in Deutschland und da muss sich unser DAX hier warm anziehen, kriegt hier nochmal einen Schall verpasst, natürlich ist unser DAX der linke Idiot hier, ja. Und wir gucken mal, was wir für Optionen zum Montag stehen haben. Vielleicht nochmal zurück in die Analyse für den Freitag, haben wir uns so mit zwei Dingen beschäftigt. Auf der Unterseite hatten wir gesagt, Stünde ist ihm ja gut, wenn er noch eine weitere Abwärtswelle drücken würde, dann hätten wir hier die erste gehabt, die zweite und dann hier noch eine dritte nach unten, die sollte so bis 420, 400 gehen können. Das hätte ganz gut reingepasst. Was hat der Trottel gemacht? Bei 4,50 gedreht. Nun ja, lassen wir so stehen, ist natürlich durch das neue Tief als dritte Abwärtswelle zu zählen. Das heißt, für diejenigen, die hier irgendwie auf sowas Wert legen, haben wir hier jetzt eine dreiteilige Abwärts, vielleicht sogar auch eine, man könnte sie sogar fünfteilig zählen. War ja hier auch nochmal tiefer gewesen, ist aber insofern trotzdem ein korrektives Bewegungsmuster, also nicht impulsiv durch die Wellenschnitte, die wir hier haben und die wir ja, naja gut, die ja dann vermieden bekommen. Ähm, wäre das aber trotzdem als Abschlusswelle zu verstehen und der DAX würde sich jetzt wieder nach oben raushangeln. Das wäre aus der Perspektive sehr interessant und, ähm, sollten wir auf jeden Fall auch beobachten, denn die Woche war ziemlich schwach, die erste Handelswoche, auch bei den Amerikanern. Wenn er natürlich nun die zweite Woche komplett wieder umbürstet und alles auf grün dreht, dann könne der Januar, der ja eigentlich statistisch betrachtet eigentlich schon ein starker Monat oft auch ist, ähm, nochmal richtig aufblühen. Ähm, wir hatten dazu, ja, darüber gesprochen, ähm, dass im Tageschart ja schon so eine Art Umkehrsignal stand, aber so alleine mir das nicht gereicht hatte. Ich hatte gesagt, dass die Kerze, äh, nicht direkt reicht, um da Long zu gehen und dass es sich auch schwierig handeln lassen würde, weil man ja über der Kerze Long gehen müsste, 6,30. Und dann hier bei 6,50 direkt den Widerstand vor der Nase hat, hatten gesagt, das wäre dann blöd, wenn man hier 6,30 Long reingeht und dann fliegt er von 6,50 wieder erstmal 50, 100 Punkte zurück. Auch das, nicht getroffen, ne, ist bei 6,45 rum, wirklich ein Idiot, ein richtig kleines Dusseltier gewesen am, am Freitag. Er hat das zwar grundsätzlich alles irgendwo so ein bisschen bedient, aber auch nicht richtig halt, ne. Also unten, denke ich, während viele nur zugeguckt haben, wären vielleicht noch gar nicht Long so richtig auf den Trichter gegangen sein, weil er auch relativ schlecht unten rausgestattet ist. Das sah in meinen Augen schon fast danach aus, wie als kommt er hier noch nach unten, macht nur ein 4,20, 400 voll, ähm, hat sich hier so recht viel Zeit gelassen, um sich dann aufzudrehen, dann hinten raus, natürlich gnadenlos direkt durchzuschoben und dann kurz vor, kurz vor Schluss, äh, 5 Punkte vorher wieder runtergedreht. Nun haben wir die Situation, dass wir im Tagesschau die nächste grüne Kerze kommen. Ah, das passt natürlich jetzt auch, ähm, zu der Sache mit diesen Bewegungswellen. Die hier darauf schließen lassen, dass das ein komplettes, vollständiges Bewegungsmuster ist, vom Hoch zum Tief und jetzt ein neues, eine neue Trendfortsetzung folgen würde. Ich bin, äh, sag ich auch offen dazu, keiner, der hier nur nach Erjodwellen-Theorie analysiert, oft klappt, dafür klappt es so oft auch nicht. Ähm, aber man, sowas sollte man immer mit einbeziehen, weil es gibt ja andere Marktteilnehmer, die achten halt auf sowas, ne. Das ist wie nach einer Popgun zu suchen oder so. Da haben auch einige am Vortag, ähm, immer mal wieder was, also gerade auch hier oben, ne, über die Popgun gesprochen. Und, ähm, das sind so Setups, die, oder auch die Alien-Adventure, ich benutze das nicht zu 100%, aber ich hab's mir alles mal angeschaut, um zu verstehen, um zu lernen, um auch zu wissen, wo haben die Leute, die nach sowas traden, ihre Signale, wo haben die ihre, ähm, Einstiege, wo haben die ihre Ziele, wo haben die vor allen Dingen aber auch ihre Stop-Loss. Und muss aber sagen, dass bei sowas ich eigentlich gar nicht so der Freund bin. Ich seh das oft, dass die Leute immer, ähm, davon reden, aber ich seh selten, dass die Leute da mit richtig Kohle machen. Und mir ist halt auch immer ein bisschen wichtig, so bei unseren Leuten, die mit uns im engeren Kontakt stehen, ähm, insbesondere halt bei denen, die es immer dann irgendwann schaffen halt, ne. Die irgendwann kommen und sagen, hey Martin, ey, wir sind jetzt 1, 2 Jahre bei euch, ich bin jetzt endlich grün, ich hab meinen ganzen Verlustvortrag drauf. Und wenn du die dann fragst, ja was traden die, dann ist da sowas halt nicht mit dabei. Da hat noch nie irgendeiner gesagt, naja, er handelt jetzt nur noch Popgans oder sowas. Und deswegen sind das Pattern, die hab ich, oder, oder nur nach LJVMT, die hab ich auch noch nie eingehört halt, ne. Und deswegen sind das alles so Pattern, ähm, das hab ich mit dem Hinterkopf bezieht. Ich rede dann aber in der Analyse einfach nicht drüber, weil es für mich euch dann zu sehr vielleicht auch in eine falsche Richtung hängt. Und dann denkt ihr, ihr müsst euch jetzt da unbedingt mit beschäftigen und das ist der nächste heilige Kral. Und dann ist die Enttäuschung groß, weil ihr hinten raus nichts kommt. Und deswegen lasse ich es dann halt einfach weg und versuche es aber trotzdem mit einzubeziehen, dass man eben über die Punkte, die Ziele und so weiter eben dann auch spricht. Jetzt aber zurück zum Thema, ähm, ähm, das mit den Wellen passt hier trotzdem relativ gut rein, weil wir eben auch auf dem unteren Tagesband aufgesetzt haben, weil wir auch in dem Channel wieder liegen, oder zumindest am Channel liegen, so richtig drin ist er ja noch nicht, auch zwei Stunden eben, das sieht jetzt ein bisschen besser aus, aber eben auch nicht richtig. Ihr seht das ja, wer hat sich hier richtig vehement. Und daraus können wir jetzt aber trotzdem nehmen, auch mit den Wellen und so weiter und so fort, wenn es unserem DAX gelingt, die 6,50 nach oben umzuklappen. Und das ist wirklich jetzt Ende der Einleitung. Wenn unser DAX die 6,50 nach oben umgeklappt kriegt am Montag, hat er im Prinzip offenes Feld auf der Oberseite. Er kann die Range komplett bedienen, ja. Das heißt, er kann direkt erstmal zur 7,30 laufen. Das kann aber auch schon eine 800 werden, wo war er hier immer oben angestoßen? Doch, das war die 800, ja. 800, 8,20 werden und das könnte selbst eine 900 werden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die 900 zum Montag erreichen, das glaube ich nicht. Ja, auch wenn jetzt wieder mehr Handelsteilnehmer reinkommen, heißt das nicht, dass wir unbedingt mehr Punkte kriegen. Wir hatten das Anfang letzter Woche schon mal erklärt, dass manchmal auch viel Bewegung mit wenig Volumen erzeugt werden kann, einfach weil der Markt sich leichter manipulieren lässt. Wenn wieder mehr Händler drin sind, dann lässt er sich nicht ganz so leicht, ich sag mal, faken. Ja, also erwartet jetzt nicht, weil jetzt mehr Parkettteilnehmer am Feld sind, dass der mehr Strecke machen muss, aber läuft dann in der Regel immer ein bisschen sauberer, ja. Das kann man schon festhalten. Ja, also über 6,50 hätte ich Platz in die 7,30 rein, in die 800 insbesondere. Ich denke, damit würde ich es auch erstmal beruhen lassen für den Montag, ja, und dann würde er wahrscheinlich gar nicht schaffen. Und dann gucken wir uns das an. Wenn das am Dienstag geschafft hat, wie es dann weitergeht, wird dann natürlich Richtung 900 gehen nach einem kleinen Rücklauf. Aber, ähm, das gucken wir uns dann morgen an, ja. Es soll ja nur eine Analyse für den Montag erstmal werden. Oberseite soweit klar. Unten wäre natürlich jetzt das Thema, wir sind an der 6,50 abgestoßen. Es ist ein Widerstand gewesen. Was passiert jetzt, wenn er runterkommt, ne? Auch mit dieser Bewegungswellenvollständigkeit, die wir jetzt haben, wird es nämlich dann ein bisschen kompliziert. Es bleibt dennoch dabei, dass die 400, 4,20 hier ein wichtiger Supportbereich ist. Aber wir sehen eben auch ganz klar, dass die letzten Tiefs direkt schon hochgekauft werden. Und deswegen würde ich erwarten, wenn unser DAX nicht nach oben drückt zum Start, zum Montag. Ja, also, der müsste jetzt eigentlich 9 Uhr, müsste der nach oben schieben, ja. Der müsste vorher schon ein bisschen stabiler anlaufen und dann müsste der 9, bis 9.15 Uhr müsste der eigentlich schon die Hauptaction abliefern. Schön nach oben raus drücken, sich dann ruhig zur Seite schieben, hinten raus noch ein bisschen was schaffen. Wenn er das nicht tut und er hier unten rumkrabbelt und unter 5,65, unter 600 rumschiebt, dann würde ich davon ausgehen, dass er noch einmal probiert, den Bereich um 500 zu penetrieren. Ja, ich glaube auch, dass es ihm gelingen wird, durchzukommen, wenn er sich Mühe gibt. Ja, es ist ein bisschen eine Timingfrage, wann sowas kommt. Ja, wenn es so nach 9.30 Uhr, nach 10 Uhr kommt, dann hätte er bessere Karten, wie wenn er es gleich früh probiert und dann 9 Uhr nach oben rausgezogen wird. Ja, aber wenn er sich, ich sag mal, nach dem Morgen hier runterfallen lässt auf die 500, gehe ich fast davon aus, dass die dann auch nachgibt und wir im weiteren Tagesverlauf dann eben noch ein neues Tief kriegen, 4,20, 400 und von dort dann aber auch erstmal wieder nach oben zurück reagieren und wir uns hier unten dann einfach ein bisschen seitlich verfangen und festklemmen. Weil auch aus Tagesebene die Tageskerzen jetzt grün sind, das gibt ihm unten raus dann nicht ganz so viel Feuer und von daher würde ich schon damit rechnen, dass wenn er umkippt und unter 600, unter 5,65 nach unten treibt, wir 500 erreichen und bestimmt auch die 4,20, 400 dann im weiteren Tagesverlauf noch sehen können zum Montag. Spätestens dann am Dienstag bedienen, wenn er am Montag schwach ist und hier nochmal einen drunter setzen. Ja, es wäre auch ein schönes Szenario. Montag nur auf eine 500 runterfallen, vielleicht eine 4,80, dann zum Dienstag Stich auf 4,20, 400, schön Konter, schön Turnaround und dann Mittwoch, Donnerstag wieder rein in den Channel und volle Bute nach oben anziehen. Wäre auch ein schöner Verlauf, ein typischer Verlauf, vor allen Dingen auch für den DAX. Ja, von daher gucken wir mal an, wie er reinkommt. Die Channelkante ist hier maßgeblich im Bereich um 600, drüber, insbesondere über 650, erhöht sich die Tendenz nach oben in die obere Rangehälfte und alles, was so unter 600, unter 5,65 nach unten strebt, geht hier wirklich Richtung 4,20, 400 nochmal. Ja, und dann müssen wir gucken, wie geht er mit dem neuen Tief um? Was wird das dann für ein Muster? Wird es eine Verkeilung? Wird es auch ein Seitwärtsgebilde? Vielleicht sogar ein Verkehr drum SKS? Da müssen wir dann wirklich, das gucken wir uns dann an, wenn er hier unten steht. Na, da sind jetzt noch so viele Optionen möglich, wie das dann weitergehen kann. Er kann natürlich auch die lila Linie hier brechen und dann nach unten weiter eskalieren, Richtung 2,60, dieses Gap noch closen. Aber erst mal jetzt, Stand jetzt, haben wir grüne Tageskerzen drin. Wir hängen noch immer an der Channel-Verteidigung. Das ist schon fast eher ein leichter Vorteil für die Oberseite. Und da will ich jetzt erst am Montag auch schwächtet sehen, dass wir den hier noch weiter nach unten rauszwirbeln. Okay, gut. Dann soll es das von meiner Seite sein. Ich denke, ich habe schon irgendwas vergessen. Nö, Bitcoin-ETFs wären wahrscheinlich die Woche relevant. Das wird bestimmt auch nochmal interessant, hat aber für den Tag schon keine Auswirkung. Diese oder nächste Woche, ich glaube, da ein bisschen Highlight-Fokus drauf. Aber gut. Jahresausblick, seht ihr, das wollte ich noch sagen. Jahresausblick für 2024, den werde ich jetzt im Wochenverlauf dann fertigstellen. Und natürlich auch hier auf dem YouTube-Channel reinstellen. Sobald der fertig ist, erwähne ich es auch nochmal. Aber ansonsten könnt ihr auch den Kanal abonnieren, da unten irgendwo auf so eine Glocke draufklicken. Dann kriegt ihr das immer gleich aufs Handy gepusht. Oder je nachdem, wo ihr euch einloggt. Und ja, Punkt. Thema Ende aus. Zieht euch warm an. Nicht, dass ihr friert am Montag. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.